Kapitel 9 Der Weg des Lichts We just have to bounce the light around the room, huh? This isn't accomplishing much An that mission I still remember dark, funny, I played all three parts, but at the first and the third part I still remember the best Let's see I think that worked, it looks like it lowered the first blade into place One down, two to go What do you reckon, we're gonna have to climb that thing? I reckon I'm gonna have to climb that thing But why that now is, I don't know I mean, I know that game The series But some missions are not so good in my thoughts as they were before I'm on one Also this thing can I just just move up and down I can move up and down I can move up and down I can move up and down Ne, das kann ich nicht drehen, hin und her. Okay, klettern sie auf die Klinge, war das? Ich denke schon wieder so kompliziert. Okay, das wird sich in meinem Leben auch nicht mehr ändern. Ich bin einfach ein komplizierter Denker. Hey, be careful up there. Ich bin einfach nicht mehr so komplizierter Denker. this seems like such a good idea down there So weit, so gut. Ein Schatz für uns. Okay, jetzt was? Ja, ich glaube, wir sind nahe. Damit hätten wir die zweite Statue beleuchtet und können auch hier das ganze aktivieren. Das ist es. Ja, das ist eine andere. Es sieht aus, dass die Blase ein neues Weg eröffnet. Das ist auf der Seite. Got it. Okay, Letzi, wir brauchen ja immer noch das Ding hier. Ja. Was ist der Weg gerade? Okay, das ist mir nie aufgefallen. So, ich brauche für das Teil auch noch einen neuen Lichtstrahl. Also würde ich sagen... Oder? Nee, das muss... Doch, geh. Okay. One more blade to go. nicht gucken, nicht gucken. Oh, okay. Oh, okay. Wir müssen den anderen reflektoren adjustieren. Auf mein Weg. Gut, das ist es. Ich habe es geschafft. Ich komme runter. Ich denke, Shambhala ist unten in diesem Mann. Ich glaube so. Ich weiß, wo das ist. Das ist hier. Siehst du die Form von dem Peak da? Ja. Hier ist es. Das bedeutet... Ich benutze dich. Das bedeutet... Die Entrance zu Shambhala muss hier sein. So... Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh Crap Das killt die Mühle Es ist nur ein Weg aus hier, bist du bereit? Let's go This isn't good Shit, they must have gone right through Jeff in the lane We've got to get back to the entrance Okay Okay, so weit so gut Sniper Alter, spinnst du ein bisschen? We'll see about that Okay Hey Now's our chance Let's get out of here We've got to hurry Yo, darf ich nehmen den Schatz mal hier nochmal Ihr miesen kleinen Drecksäcke mit eurem blöden Granaten Big Boss Okay, das war jetzt ein Overkill Is this what I need? There we are Keep them in your sight Okay Okay Oh, und doch. Ein Bockenwerfer-Experte bin ich mittlerweile. Oh, komm schon! Ich habe ihn! Ja! Da ist er! Das ist eine gute Hilfe. Nath! Get away from me! I think the coast is clear. Come on! Oh shit! Where are they? I knew this would happen! There they are! Stay down! Oh shit! Jeff and Elaine are in trouble. There's a shock. Get your heads down! Dammit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Okay, so weit so gut. Look out! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Let's move! We better keep moving. He's hit. I'm okay. Let me see. Oh. Alright, you're gonna be fine. Alright? Think you can stand? I think so. Alright, come on. I'll help you. No. No, no, no. Leave that. It's busted anyway. Here we go. Up. Nate! He's fine. Aren't you, Chief? Alright, get that door open. He's never gonna make it. We have to leave him. What? No! Get the door open, Chloe! You're gonna get us all killed! Alright, buddy. Shit! Kapitel 11 in Bewegung. Und ich werde auch hier wieder einmal ganz kurz auf Pause drücken. Und würde sagen, wir machen mit dem 11. Kapitel im nächsten Part weiter. Bis dahin. Ciao! Bis dahin. Bis dahin.